Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Happy Wheels. Freddy, sag was. Hm. Vielleicht, aber vielleicht sollst du doch die Bildschirmübertragung anmachen. Oh, stimmt. Tch, he, oh. Ja. Dann mach ich das jetzt einfach in der Aufnahme, ist mir jetzt scheißegal. Hihihi. Jeder hat's gesehen. Was? Ich weiß, dass mein Bildschirminhalt jetzt das Freddy übertragen wird, mein Freund. Ähm. Du weißt gar nichts. Okay. Okay, Smiley. Von Rage Comics. Die waren am liebsten alle. So, ja, weiß ich halt, sage ich. Ja. Ich spiel jetzt einfach mal das Level von Freddy. Ich bin scheiß, ich weiß. Hated ihn. Und zwar mit meinem Lieblingscharakter. Wer das Spiel nicht kennt, bla, tot und so. Und man kann aber auch in Spielerei. In der Beschreibung. Ja. Wenn überhaupt. Hihi, mein Kind hat sich die Arme gebrochen. Ah, 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 ah. Fuck, ich hab mir mein, das Ding, was da raushinkt, dieses weiße, ja, ich hab mir das Genick gebrochen. Und es hat mir aus dem Körper rausgehängen in Hangeln. Ich kann nicht mehr reden. Ich sollte um 1.46 Uhr in der Nacht keine Let's Plays machen. Ich mein, ich kann das Spiel nicht erklären und ich will's auch eigentlich nicht erklären. Och. Und ich werd's auch nicht erklären, dementsprechend. Das Spiel hat ein einfaches Prinzip. Einfach nur Gore. Und ansonsten, lol, versuchen ins Ziel zu kommen. Oh, ich hab mir alles das blättert. Hey, mein Kind lebt da noch. Fahr weiter, fahr weiter, ich glaub an dich, mein Junge, du kannst das. Oh. Ich hab mir meine Beine gebrochen. Ah, zieh dich da durch. Nein, nicht die da. Ach, jetzt hat er sich die Arme gebrochen. Scheißviech. Mhm. Hehehe, aber geht's das blättert. Oh ja, das hab ich getan. Ja, das glaubt, Digga. Ich bin komplett ausblättert. Oh, oh, mein Körper ist der halb. Ich halt mich noch fest, noch bin ich nicht tot. Oh, ich bin tot. Ich konnte mich nicht mehr festhalten, ich bin komplett tot. Oh, oh, das Kind wird auch gleich sterben. Geh da raus, geh da raus, bring dich da rüber, bring dich da rüber. Oh, 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 oh. Hey, das macht cool Moves. Hihi. Oh, genau, back dich in den Sessel rein, ist schon okay. Naja, egal. Restart-Level-Frei. Vielleicht sag doch auch mal was, ich glaube, die ganze Zeit. Mhm. Du bist so verhindert. Mhm. Wirklich. Was? Ich, das ist eigentlich, du bist Gast-Kommentator, mein Freund, du musst was sagen. Auch wenn es mich die ganze Zeit unterspladdert. Und ich meine, du hast eine Bildschirmübertragung und du sagst einfach nichts. Es ist dein Scheiß-Verficktes-Level. Mein Freund. Mhm. Drecksack. Wirklich, dieses Wort habe ich seit Jahren nicht mehr in den Mund genommen, aber Drecksack. Was du als Niemann nebst. Ich meine, was soll ich da zu sagen, Alter, ich habe gerade ein viel schlimmeres Problem. Ich versuche gerade unser Problem mit einem gewissen Spiel zu lösen. Das wird das Problem der Haube. Werden wir nicht. Du wirst gar nicht mehr, mein Freund. Ähm, aber das Problem, mein Freund, lass uns das von anders lösen, denn das hier ist mein... Nein, mein Freund, halt, halt deine Fresse. Ich meine, wir werden das nicht so schnell als Playen können oder auch überhaupt spielen können. Ich schaffe das. Und ich denke auch nicht, dass wir das werden, weil ich uploade dieses Video, was ich gerade aufnehme, demnächst als Birthday-Special, weil ich ja 17 geworden bin und bla, eigentlich gestern. Ja, 12 geworden. Ja, Bayern, auf jeden Fall. Ich wäre 17 geworden. Bla, bla. Auf jeden Fall. Ja. Au. 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 Not. Gut. Mhm. Ich werde es deswegen gleich uploaden. Ich habe noch ewig viel zum Uploaden. Ich werde das alles nach den Ferien mal uploaden. Er hat keine Ferien. Ja. Nein, ich habe dann bald eine Woche Ferien und so und das... Hat er nicht. Dann bin ich natürlich wieder in Österreich. Nö. Nein, ich doch nicht. Ich bin nie in Österreich. Ich war auch... Er war noch nie da, er weiß nicht mehr, er weiß nicht mehr, wie es aussieht. Nicht mal ansatzweise. Oh, das Kind backt sich so richtig schön rum. Ach, egal. Restart. Ja, ich habe bis dahin ein komisches Dings da auf, äh, der eine Bildschaffte und das andere auf der anderen. Das kann ich beides machen. Das ist ziemlich lustig. Außer Fab. Oh. Ja. Nur, ich habe eh keine Lust. Don't give, give. Ja, danke, du Drecksspiel. Oh, mir hat mein Spiel... Kom... äh, mein Spielzeug und mein Kind komplett zerschmettert. Ja, das kenne ich. Ich hoffe, ich bin später mal nicht genauso ein Vater, wie ich hier bin. Doch, ist er. Tut mir da traurig, aber ist so. Halt doch dein Maul. Nein. Nein, nein, nein. Ich nehme das zurück. Was ich gerade zu dir gesagt habe, aber wirklich, ich meine... Ich bin scheiße, ich weiß. Ja, aber so richtig schön. Vor allen Dingen, du sprichst meine Freundin in einem Let's Play an und dann auch noch mit solchen dreisten Sachen, wirklich. Ich, ich werde dich... Nächste Sommerferien gibt es die Blomberei, aber richtig. Ich meine, was war daran ein bisschen beleidigt oder so? Ich meine, das war eine ganz normale Aussage. Ja, aber nicht gegen meine Freundin. Nicht gegen meine Freundin. Nicht in Let's Plays. Das, das ist ehrenlos. Gegen meine Freundin in Let's Plays zu hetzen. Also erst, es war nicht mal was gegen deine Freundin. Auch an meine Freundin gegen mich, das ist, das ist ähnlich schlimm. Das ist was ganz anderes, mein Freund. Es ist aber ähnlich schlimm, meine Freundin in dem Let's Play direkt anzusprechen und dabei will ich auch noch schlecht zu machen. Ich habe dich nicht schlecht gemacht. Es gibt Grenzen, mein Freund, es gibt Grenzen. Ich fahre ohne Beine Fahrrad und mein Kopf ist zerfetzt. Wie mir genau mein Kopf abgehackt wurde. Würde ich jetzt noch irgendwas von dem Spiel sehen, künftig plötzlich. Das wäre was Schönes. Das wäre was Schönes. Das wäre richtig schön, ne? Ich lade irgendwie noch runter. Ich glaube, das kommt ungut. Ach, scheiß auf runterladen. Du kannst das runterladen. Ach, egal. Das finde ich so, dass ich ein Trost und DSL hätte oder so. Fällt du doch nicht. Ich schütze das Kind mit meinem toten Körper. Oh, ich bin tot. Okay, bewegt dich noch irgendwo hin. Oh, ja, genau. Brechte bei der Arme, ist egal. Brechte ihre falsche Imperativ. Ach, ist es 1 Uhr nachts und ich bin Bayer. Genau, brechte einfach alles. Du bist bayerischer Herkunft. Ja. Ich schlopfe meine IP ein. Gute Nacht. Okay, vorbei. Nicht mehr, es geht mit meinem kaputten Bein auch. Lol. Oh, ich bin mal kurz eingenickt. Ja, genau. Kurz ab. Warte mal, warte mal. Was ist an mir jetzt schon alles kaputt? So ziemlich alles und ich kann trotzdem noch fahren. Nö, du kannst ja auch nichts mehr. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich komplett nämlich hinüber. Du kannst doch raufeln. Mir ist doch der Fisch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nämlich gerade geschoben. Moment, Moment. Ich schaffe es noch, darunter zu raufeln. Nein, schaffe ich nicht. Falls ihr euch fragt, was ich die ganze Zeit mache, ich restart das Level mit Escape und R. R für reset Level und bla. Kurztaste, ich bin Hacker. Ich weiß. Wer spielt mein Spiel? Level. Spiel. Nein, das Spiel hat jemand anders entwickelt. Nicht du. Nein, das war ich. Nein, ich schätze einen Link in die Beschreibung vom Spiel. Und von dir. Und dann hack ich die Seite so, dass du das Spiel erstellt hast. Hä? Dam, dam, dam. Der Typ sagt immer, dammit, wenn sein Kind stirbt. So, by the way. Sag nicht, goddammit. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Stirb. Kannst du bitte öffnen, nicht rumzubaggen? Nö. Oh, oh, wo ist mein Kind? Oh, das lebt immer noch. Wie weit ist du, mein doofen Lord? Oh, 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 ja, bricht dir dein Arme. Genau. Nutze die Farben. Farb. 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 Juhu, ich hab's geschafft. Das erste Hindernis zu überwinden. Es gibt ein erstes Hindernis. Farb. Farb, mein Freund. Farb. Okay. Ich bin tot. Hab gefappen. Ach. Oh, du. Du hast darauf angelegt. Farb. Nein. Du, du bist nicht Alfkart. Du fappst mitten im Let's Play. Und zwar in meinem. Nö. Doch. Und wie laufst du mit dem Roman? Hast du schon überzeugt? Ah, ich hab keine Ahnung, wie es weitergeht. Halt deine Fresse. Halt einfach die Fresse. Oh, du schaffst es, Junge. Das Beste einspielst du, dass das Fahrrad kippt, nicht um. Ja, nie. Kind, Kind. Nee. Du schaffst es. Ich glaub an dich. Pack dich da irgendwie raus. Ja, genau. In die falsche Richtung, genau. Aber du hast es geschafft. Am Ende. Oh. Du hast dir deinen Arm gebrochen. Oh, du brichst dir sämtliche Sachen. Oh, du lebst noch. Ach, scheiß drauf. Das Kind ist dreckig. Mir fällt gerade auf, ich hab die ganze Zeit meine Maus im Let's Play. Ja, die musst du auch hin. Wieso? Das ist sexy. Oh, ich hab mir gerade so richtig schon die Wirbelsäule rausgezogen. Oh, über das ganze Fahrrad. Junge, Junge. Oh mein, jetzt hat es mir die Wirbelsäule rausgezogen. Oh, genau. Brich dir die Arme ab. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen, Junge. Du bist so behindert. Ich mag Züge. Ich nicht. Doch, ich mag sie. Und zwar anal. Hey, hey, hey. Du weißt, wen ich nur anal mag. Ich halte lieber die Fresse. Ja, sonst zerstöre ich deine Kindheit noch komplett. Und die von sämtlichen Zuschauern, von mir die minderjährig sind. Ich meine, ich... Nein, ich wollte meine Ständerantwort bringen, die ich sonst mal bringe. Aber ich hab's drüber gelassen. Ja. Die überkrasse Pimp. Wie, äh... Boah, ich kann nicht mehr reden. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiß drauf. Kroff. Renter. Ich meine, was in deiner Suchleiste als Suchbegriff ist? Was? Meinst du die? Deine Suchleiste da oben. Was? Nein, weil dieser Yahoo-S hört schon mal kein Yahoo genug. Ach so, ja, ich benutze den Yahoo nicht, aber trotzdem. Ja, ja. Ich hab's ja wenigstens versucht, dass es funktioniert. Aber es funktioniert ja nicht. Und ja. Jetzt hat's halt... Dann... Dann... Ne... Oh, boop, boop, boop. Genau, dann schreibt Freddy einfach eine P ein wegen Doom 3 und so. Na ja, Doom 3. Äh, das ist wie die Ekel funktioniert, ne? Was? Hä, 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 hä. Genau. Stark, du drehst doch deinem eigenen Kind in die Fresse. Genau, gleich zwei Meter aneinander. Und das Kind rapet dann auch noch. Ach, scheiße. Boah, das Kind ist so ekelhaft. Oh, es hebt ab. Bewege dich irgendwo hin. Ach, egal. Vater, was machst du gerade? Ach, du schlägst den Kopf. Kannst du nicht einmal mein Level durchspielen? Nein. Irgendwie kann ich das nicht. Hm. Da schwebt er einfach so scheiße rum. So wie ich? Nein, nein. Du... Du... Oh... Ich hab einfach keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Ist egal. Er macht Saltos, das ist auch cool. Und nein, die machst du nicht, weil du bist einfach... Du bist... Du kannst das nicht. Du bist den ganzen Tag dicht, deswegen geht das nicht. Wer ist den ganzen Tag dicht? Du. Ne. Doch, doch. Du bist den ganzen Tag dicht. Ich bin Bayer, ich darf das. Bei uns ist es normal. Du hast den ganzen Tag dicht. Nein, 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 einfach nein. Hab ich nicht... Was ist dicht? Ist das nicht irgendeine komische Krankheit von wegen Knochen, dass die Knochen dann wehtun oder sowas? Die Herzen rollen rum und die inneren Organe und Leber und so. Ah, die Scheiße. Ich komm teilweise nicht mal über deine erste Falle rüber. Du musst einfach nur eine Sekunde warten und dann losfahren. Ich weiß, aber ich bin zu scheiße, um eine Sekunde zu warten, weil ich einfach zu essbar bin. Ah, ah, mein Kind ist kaputt. Das Spiel ist für Kinder unter acht Jahren geeignet. Ja. Oh, mein Kind ist auch zu fett worden. Ich hab's nicht mitgekriegt. By the way... Soll ich dir nächstes mal eine zweite Map zeigen? Den Mixer. Da hast du die veröffentlicht? Ja, aber kannst du machen. Nee. My first level von Freddy. Ja. Ich muss das nur mal kurz einblenden. Und es sei in der Beschreibung vom Level... Ich weiß nicht, ob man das vorher gesehen hat, ob ich lange genug gewartet habe. Auf jeden Fall steht da einfach nur bla 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 drin. Ja. Wirklich. Original. Da steht nur bla bla bla. In genau dieser Tonlage. Nein, in meiner Tonlage. Bla bla bla. Motherfucker. Ob das Motherfucker da nicht drinsteht. Genau, er hat sich zu mir das gebrochen. Ah, Kind, was machst du die ganze Zeit? Ah, dieses Kind. Falls ihr den Map haben wollt, Sex. Genau. Geht auf die Seite, ich werde den Link wahrscheinlich einblenden lassen. Oh, ich hab mir den Kopf geschenkt. Gut, er nicht. Doch. Einblenden, du packst ihn nur in die Beschreibung. Das ist dasselbe. Weißt du, was dasselbe ist? Ich. Und ich. Ja. Genau, Leck, wie der richtig schön spielt. Ist schon okay. Genau. Ja, 15 Minuten, mein Freund. I don't care, mein Freund. Das ist ein Geburtstags-Special, das ist ein bisschen länger. Ah ja, 15,5 Minuten. Tihi. Oh. Kind, stirbt. Ich hab nicht mal ne Mutti, ich, 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 ich will das nochmal kommentieren. Ich meine, ich weiß, was soll ich da machen. Ich seh das mit ein FPS. Weil du nur mal das gleiche. Kauft die endlich heute. Ja, okay, ich kaufe ein Holz-Internet. Okay, ich, ja, okay, ich mach's. Gemacht. Ach, suuuh. Du sollst dir besseres Internet kaufen als Holz-Internet. Boah, alter, würde hier was Besseres verfügbar sein, hättest du eine bessere Leitung als du. Nein, hättest du nicht. Du? Du nicht, mein Freund, du nicht. Oh, Mann, warum leckt das in dem Moment zu? Freddy, gestaltet deine Map besser, dass sie nicht leckt. Bei mir leckt die nicht mit 1000 und DSL, mein Freund. Doch, ach scheiße, vielleicht liegt es daran, dass schon 330 MB oder so reingeladen sind oder so. Ach, egal. Mir ist wieder mein Kopf abgetrennt worden, mein Kind ist zerschmettert worden, ich ebenfalls. Ich schaff jetzt einmal diese verfickte Map. Ich versuch's doch schon. Okay, Leute, ich konzentriere mich jetzt. Ah, mir geht das fast auf. Alter. Ich. So kurz davor. Du erinnerst dich, was ich in Postle 2 gemacht habe? Ich kann das auch mit dir machen. Warum? Unwichtig. Ich weiß nicht, was los ist, du lach einfach. Ich mein, du bist cool. Du lachst einfach los. Mein Kind liegt da irgendwo rum mit einem Genital. Und ich mein, ich bringe eine Anspielung, die meine Zuschauer noch gar nicht verstehen können. Ich auch nicht. Ich kratze mich im Auge. Ja, im Auge, mein Freund, im Auge, ich kann das. Ich bin tot. Ich hab gar nicht gedacht, worauf geht's überhaupt. Ich weiß es nicht. Hör auf, Mädels. Oh, du hast schon überzeugt, ein Hotperson. Oh, schon wieder. Aber nein, nein, du hast die Pause verdient. Oh, ich blute. Family Guy super. Ja, Family Guy super. Es ist alles Auto. Genau, Legge. Scheiß Drecks. Online Game. Oh, ich hab meinem Kind die Arme abgebrissen. Na, mal schauen, ob ich diesmal wenigstens eine Web schaffe. Nein, nein, nein. Hört auf mich, erschießt mein Kind. Oh Mann, die haben mich getötet. Und dann auch noch in die Stacheln fällt. Okay, okay. Alter, alter. Chill. Du hast grad, man hat grad absolut zu 100% gar nichts verstanden. Oh, alter. Was, was, was geht mit dem, ey? Freddy, oder? Alter, hat's ihn jetzt komplett rausbefördert? Anscheinend, ja. Alter, was war los? Mein Internet ist abgestört. Komplett? Nein, nein, nein. Nein, das Skype ist abgestört, einfach nur. Ach so. Ich mein, erst komplette Transformers und da bist du komplett einfach weg. Ja, das ist doch super. Zum Glück gibt's hier auf Namen noch an? Ja. Hallo. Zum Glück gibt's die Skype Reconnect Funktion. Also mein Skype hat einfach... Ihr für internetverbindert hat kein Los mehr Skype zu unterstützen. Naja, du, du hast du keine Chance genug bekommen. Los Skype geweint. Ja. Oh. Ich schaff deine Map, ich schaff deine Map, ich schaff deine Map, ich schaff deine Map, oh. Tüppe reinflossen. Ich schaff mein Map nicht. Ich schaff deine Map auch nicht, aber vielleicht sie... Kann ich in wenigstens das Ende deiner Map zeigen. Ja, ich kann sie eh nicht sehen. Oh, 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 oh nein, 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 nicht hinfallen. Oh, ich bin hin gefallen. Die Begriffschuhrtragen schon wieder aus. Okay, dann zeig ich dich nochmal. Tiki die Kinder der Anerkennung voll wird übertragen nein ich weiß dass mein Bildschirm an Fredy wird dann wird als Maul das ist die Stadt auch ich bin auch mit der Quatsch von ach so stimmt da war ja was wir von wegen warten still wetten also bei den oder so ich muss weiterfahre ich glaub du bist tot nein ich tue nur so Postauto Lasskraftwagen fahre Winster Truck Katana Ich hab mein Katana Yeah, Kind macht die Mega-Stunts in Super-Zeit Wow Baaaaaam Baaaaam Schieb das Rad runter, schieb das Rad runter schieb einfach alles da runter schieb einfach alles da runter, die äh, 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 oh naja, netter Versuch Stapeln oi das ist fast so wie Lego nur das Lego anders ist und komplett einfach grün einfach grün jetzt schieb das scheiß Rad ach scheiß drauf restart 8 FPS 13 25 17 19 Ich hasse mich so sehr manchmal Nein F5 Ich versuche jetzt die Seite neu zu laden, meine Freunde Meine Freunde Die, der, der, der kann die Seite nicht neu laden oder auch schon Du läst einfach die Seite neu Ja, es ist, es ist mir egal Ich mach mein Let's Place wie ich will Oh, scheiß Musik kurz backen so Bros levels äh, search Mi first level Punkt Ja, ich weiß, dass es noch ein Punkt hinter hat, aber ich muss den nicht eingeben, weil ich zu cool bin mein first level Punkt Da ist die Beschreibung Wie viel, wie viel Rates hat das hier schon immer noch 2? 2, ja Wie viel Plays? Äh, 111 Ha, schnappst du ein Trinken Warte, warte, ich trinke ein Ich hab wirklich was hochprozentiges da noch was Ein bisschen was halt Hochprozentig? 20% ist nicht viel Wird er was hochprozentig bezeichnet? Bah Ja, aber es ist pussyhaft, trotzdem Bah Er liebt das Ich vergeb mich Das ist ekelhaft Ich mein Warum trinkst du's? Weil ich mir den Scheiß selber zusammengemischt hab Selvore Wie der war, oder? Okay, ich muss jetzt mal erklären, was ich mir da für einen Dreck zusammengemischt hab Und zwar Oh, ich hab die falsche Lasse erwischt Jetzt legt mein Kind dahinten Egal Ähm Und zwar habe ich mir tatsächlich Früchtetee Äh, äh Kalten Kalten Abgestanden Einen Tage alten Der ist inzwischen schon 3 Tage alt Mein Freund 3 Tage alt 3 Tage alten Früchtetee Oh, Bug Ähm Und da hab ich mir einfach was 20%iges reingekippt So etwa 50-50 Iris Toffred Genau, Iris Toffred Die Mischung, meine Freunde Kann ich euch nicht empfehlen Ich übergeb mich jetzt gerade wirklich extrem fast Ich trink's Ja, du trinkst das, mein Freund Du trinkst alles, wo auch nur ein bisschen Alkohol drin ist Ja Alles, wo mehr als 20% drin ist, trink ich Du trinkst alles, wo mehr als 0,3% drin ist Oh, hey, nicht 0,3% Doch 2,5% Okay Okay, Kind, back dich vor Ach, scheiß auf das Kind, ich hasse es Ich hasse es so sehr Verrecke, du Kind BÄM So richtig zerfetzt BÄM So richtig draufgeklatscht Oh, ich hasse es so sehr Ein Nesplay-Kisch, ja, ein Nesplay Ach ja, stimmt Äh, nein, 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 wirklich Ich weiß, das ist Nespace, aber das ist mir egal Hey, du bist tot Nein, ich lebe noch Ich lebe zum Beispiel fast flüssig Geil Nein, 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 ich will nicht rein, weil Ninja-Rolle, fertig Ninja-Roll Der darf da eigentlich nicht rein, den sollst du als Schutzschil benutzen Ist mir scheißegal Sonst fickt nicht die ganzen Teile da unten wahrscheinlich Fick mich so, dass, oh, ich bin komplett gewöhnt Oh, mein Herz rollt noch weiter Hiiii, oh Dein Herz kommt fast durch, nur dann nicht mehr Ich mein sogar, mein Herz kommt nicht mehr durch, oder liegen noch Reste von mir Plopp Ich schaff das noch Oh, mein Kopf Kind halte ich an deinem Vater fest An dem Bier, okay Oh, genau, jetzt reißen die Arme ab Kind halte ich an dem Bier fest, nö Ich hasse dich, Kind Ich hab mir übrigens selbst ein Nacho-Dip gemacht Ich hab einfach Gewürz-Casher über eine Schale gefüllt Und jetzt benutze ich ihn und es schmeckt ziemlich scheiße Vor allem um 1 Uhr nachts, oder 3 Uhr, 2 Uhr 1 Uhr, 3 Uhr, 2 Uhr, entscheide dich, mein Freund Das ist 2 Uhr nachts 7 Oh, scheiße, ich hab nicht gar aufgepasst Rutsch runter, rutsch runter, nein, 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 nein Escape R Das schmeckt wirklich widerwärtig Komplett zerfetzt Okay, SRGR So wie mein Magen Was ist mit deinem Magen? Der ist auch komplett zerfetzt von diesen ekelhaften Chips Und ich esse sie trotzdem Und du wirst trotzdem zerfetzt Und ich mein, du lebst noch Oh, wie viele Pfeile in dem Kind drin stecken 2 Ich will es erleben, äh, ich will es ja So, ich wollte es ja nicht leiden lassen Doch wolltest du Ja Was ist jetzt passiert? Ach so Genau das Genau das, was mit deinem Kind passiert Ja Ich bin scheiße Ah, ich wollte eigentlich mein Kind töten und nicht mich Ah, Kind, töte dich selbst Genau, pack dich einfach rum, ist mir egal Wie war's mit Warten? Ja, ich hab's gemerkt Aber der Typ lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch Er hat seinen eigenen Darm im Mund Kind Oh, 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 shit Wirst bitte fahren mit Freund, danke Herfört nicht Oh, wir sind halt auch so Das ist voll arsch, so Ja, so, arsch Geh, geh dich da weg, du scheiß Kind Oh Oh, losgesplattert Ja, bisschen Das Bein hängt immer noch da drin da ist es ich muss das jetzt schaffen, verdammt, nochmal das ist Freddys Map, die ist nicht so schwer falls ihr meine Map in weniger als 43 Sekunden schafft, dann schickt es bitte als Videoantwort ja, macht oder speichelt einfach euer Repreview, falls ihr cool seid Repreview heißt das, mein Freund Review oh, oh, ich lebe nicht mehr doch, ich lebe noch, ich lebe noch ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe hier, der ist tot ich werf trotzdem mein Kind da rein ich wollte mein Kind da reinwerfen und mir zerplatzt der Kopf aber mein Kind lebt noch, natürlich ich hasse es ich kann nicht mal mein Kind umbringen ja, ich war grad voll verwirrt als erstes war doch die restliche Teil von Deo und wie bist du dann aufs Kind gekommen Slash-Auto Nee, ist ernsthaft. Nein, ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Also das erste, was du gezeigt hast, wo du tot auf dem Boden lagst und auf einmal hast du das Kind gesehen. Äh, C. Bild an sich wechseln. Oh. Hey. T. Ach so. Ja. Ach ja, stimmt, scheiße, den Kerl hätte ich für die Pfeile gebraucht. Egal. Ich kann das. Ich schaff das ohne. Den. Oh, ich verliere meine Gitarre. Ich bin im Pfeil gefangen, aber ich lebe noch. Jetzt lebe ich nicht mehr. Ich freue hier. Kirschi hat auch ein paar Level veröffentlicht. Ja. Ein paar behinderte Level. Zwei, glaube ich. Und ich heiße hier einfach nur Kirschi. Oh, scheiße, die Pfeile haben mich getötet. Oh, wie der zweite Pfeil sich noch voll in meinen Kopf reingebackt hat. Nein, scheiße, ich muss maten. Oh, mein Kind ist tot. Oh, ich bin tot. Oh nein, ich habe diese Map nicht gefickt. Ich habe sie komplett selbst gemacht. Ah, ah. Ich habe mein Kind verloren und meine Arme sind auch weg. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh, ich werde... Oh, mein Kind habe ich auch verloren. Und jetzt bin ich auch tot. Deine Beine haben noch getanzt. Das können meine Beine. Ich bin Kirschi, ich kann das. Weißt du, was du noch kannst? Das? Ja. Komplett splättern. Darin bin ich Shinarono. Frag nicht, was das ist. Du. Ja, ich habe es geschafft. So. Ich muss, ich muss diese Map ein einziges, ein verkacktes Mal schaffen. Nö. Doch. Wenigstens mit meinem Herz. Oh, mein Kind. Zersplittert. Oh, ich bin zersplittert. Also, ich habe die Map komplett geschafft. Die hatte zwar keine Beine mehr. Ich glaube, nur noch einen halben Arm oder so. Aber ich habe es geschafft. Ich habe sie nicht wirklich geschafft. Ich bin nur noch mit meinem Herzen reingerollt. Hör auf, so scheiße zu schreien. Der Schrei macht einem immer extrem Angst. Ja, Freddy ist schon Angst eingeflößt. Oh, ich bin fast komplett im Arsch. Ich habe geweint. Ja. Ich kann noch fahren. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte einfach nur so tun, als würde ich weinen. Okay. Aber ich habe wirklich geweint. Ah, au. Au, das sah schmerzhaft aus. Oh, was für's. Ich schaffe das noch. Oh. Ich bin meinem Kind noch über die Beine gefahren. Oh, ich habe mein Kind noch getötet, obwohl ich schon tot war. Ich bin cool. Ich schaffe das in real life. Oh, nein, nein, nein. Da habe ich das nicht vor. Tihi. Ich wusste gar nicht, dass man was machen kann. Ich bin voll scheiße. Wenn der Typ damit sagt, dann ist übrigens sein Kind tot. So, by the way. Nein, nein, nein. Das hast du schon mal erwähnt. Nein, habe ich nicht. Doch. Nein. Doch. Das müssen die nicht wissen. Kacke. Stuhlgar. Oh, ich bin tot. Oh, mein Kind ist auch tot. Ja, ich mag Züge. Ich auch. Soll ich das Kind nicht einfach mal behalten und das als Schutzschild benutzen? Doch, mache ich doch gerade. Ich versuche es zumindest. Ja, 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 schießt auf mich. Tötet mein Kind. Nicht mich. Oh, mein Kind ist tot. Nein, 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 nein. Ich will da hoch. Nein. Ja, nein. Fahrrad noch mal. Oh, meine Wirbelsäule hängt raus. Oh, mein Kopf hat sich aufgespießt. Oh, meine Wirbelsäule hängt halb raus. Der Kopf hängt da hoch. Und ich bag rum und das Kind ist anscheinend wahrscheinlich auch schon tot. Ja, ist es. Das ist ziemlich cool. Ach, scheiße, ich hätte wahren sollen. Ah, was? Ich habe ja noch die zweite Mixer-Map. Hast du die veröffentlicht? Noch nicht. Oh, Gott. Nein, die veröffentlicht ich auch nicht. Das ist nur ein Test-Map. Aber sie ist cool. Da werden einfach Leute das blättert. Ein Mixer, ein riesigen. Ja. Ich habe mich sogar ausgemessen, wie groß ich das machen muss, den Rand. Ich habe einfach in der Mitte einen kleinen Kreis gemacht, um den... Das tat weh. Ah, ja, das tat ziemlich weh. Aber ich lebe noch. Ich schwebe darum. Ich schwebe noch. I believe war ich im Flyer oder doch etwas. Der war jetzt die Beine mein Ex-Kindes. Ah, scheiße, war ja was mit Warten. Ah, das ist der Rest meines Körpers. Bam. Ah, stehe durch das, oh mein Gott. Ich dachte, mein Kind wird da draufgehen. Ja. Bist du schon mal den Mixer reingefallen? Ne. Exakt null Mal. Oh, ich habe ein Kind verloren. Oh, jetzt geht doch... Nö, 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 nö. Ich will doch nur einmal deinen Scheiß verdrecktes Ziel zeigen können. Nö. Oh, da unten ist der Mixer. Klir. Äh, du musst hier wegschubsen, nirgendwo das Explosion. Ah, ah, ah. Oh, ich werde sterben. Oh, ich bin tot. Und dann auch fliegst du auch noch in die Falschrichtung, ey. Ich kann das nicht... Das hat sich jetzt gerade zu kurz so angehört, dass du jetzt so eine Zigarette angezündet hast. Du bist cool. Auch wenn du nicht rauchst. Oder gerade weil du... Oh mein Gott, ich bin zerfetzt. Rauchen ist nicht gut, Kinder. Ja. Nur den Joint anfassen. Ja. Nur den Joint. Nein, ein Joint ist auch nicht gut. Nein, nein, nein. Alter, ich bin sowas für ein. Das ist unschön. Oh mein Gott. Was so noch Casio heißt. Ja. Ich bin cool. Ich bin unbesiegbar. Oh, ich bin tot. Du bist unbesiegbar. Ja, nur der Krebs kann nicht mehr. Oh mein Kind. Er lebt nicht mehr. Ich hab komplett festgelegt. Wuiiii. Ich mach da und zahlt es und er will mich eigentlich da hoch. Wuiiii. Ich hab's geschafft, war meine Idee. Du warst meine Idee. Du warst meine Idee. Ja, wir haben es gegenseitig von zu sehen. Das Glas war... Das Glas sei eine Fehlposition. Ah fuck. Sollte da gleich. Stimmt. Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, alles ist kaputt gegangen, weil mein Rad noch hingeflogen ist. Damit hab ich mein Ziel für heute erreicht. Naja, du hast das Ziel nicht erreicht. Du hast nicht Victory bekommen. Nein, aber ich hab mein Ziel erreicht. Und zwar mein Ziel war, dass mein Herz wenigstens da reinfliegt, dass ich den Scheiß da direkt... Mach's nochmal. Was? Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Okay. Ich probier's jetzt wirklich nochmal. So instant, bist du fertig damit? Ja. So komplett ohne Schaden. Du hast den Helm noch auf, dein Kind ist auch noch vollhealed. Ja. Okay, doch. Oh. Wie verpackt mein Kind schon rumroffelt. Oh fuck. Komplettes Blätter, ey. Wie ich das liebe. Oh, ich werd sterben, ich werd sterben. Oh, ich bin doch nicht gestorben. Ich bin cool. Therefore, I am cool. Oh, 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 BAM. Ich hab'n Pfeil durch die Brust. Oh, mein Kind hat schon verpackte Arme. Ich muss die noch als Schutzhilfe verwenden, was mach' ich denn? Oh. Explodieren würde ich das nennen. Oh, das was... Das Herz. Oh. Oh, das Herz. Das Herz wurde noch ins Ziel katapultiert. Oh, das ist das Herz meines Kindes, so by the way. Der rechts geht grad voll die Blutparty ab. Woher kennen wir das denn? Ich bin so ein kranker Psychopath. Ich mein', ich... Ich kann Freddy mit Insider... Was war das mit dem Rufflecopter-Move? Äh, ja. Ich mach Freddy mit Insider fertig. Oh, ich bin in zwei Teilen. Ich werd' mitgeschleift. Geil. Ah. Ich schaff' das noch? Nein, tu ich nicht. Kind, mach irgendwas. Ah, genau. Reiß dir einfach die Arme. Los, 35. Ich hab' den Pappelett und tue's. Nein. Einmal versuch' ich jetzt... Versuch' ich's jetzt noch. Alma? Okay. Alma, ja. Alma versuch' ich jetzt noch. Und wenn ich's dann nicht schaff', ja, dann beende ich den Scheißdreck. Mach' den nicht. Okay. Doch, tu ich. Oh, mein Kind ist tot. Du bist tot. Ja, und? Oh. Kopf abgetrennt. Mein Kind ist auch komplett sassblättert. Naja. So sieht das aus im Leben, ne? Nö. Also. Aber es hat euch trotzdem Spaß gemacht, aufwein's überhaupt dreckig ist, dass ich Flashgames let's play. Halt's Maul. Nein, sorry. Ich hab' nur gegähnt. Halt deine Füße. Nein, sorry. Ich bin irgendwie... Dieses Spiel bringt mich auch schon so einen leichten Rage-Mode, so Postal-mäßig. Aber das werden meine Abonnenten immer... Das wissen meine Abonnenten erst, wenn ich das hochgeladen hab. Also, ja. Ich hab' noch viele Parts. Ich muss die endlich mal hochladen. Ich bin dann eine Woche weg. Dann nicht. Genau, das war jetzt zusammenhängend. Also, ja. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss.